Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Wir spielen eine Runde Waffe Spiel heute, die Boba ist auch dabei und der Diener ist Hallo Mal gucken, was ich noch geteilt habe Was ich noch geteilt habe? Da, Mann, es läuft noch gut von mir weg Das ist scheiße Wie überdreifend, Mann Wie überdreifend, Mann So Das D schon mal weg Das ist schon gespawnt, Mann Voila Haha, nicht der Trost Wie ein Pro Nein Nein Der Schatter sollte nicht bringen Nein Das ist schon Das ist schon Danke Ich finde es auch gerne Ich weiß 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 Mach Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Oh mein Gott, das ist jetzt schon mal der Sniper Der Stolz ist Der Stolz ist Der Stolz ist Der Stolz ist Mein Gott, ich möchte einen Doppelkill, ja. Doppelkill! Du hast schon gleich fertig, ich muss das Ding auch rum. Jetzt hast du schon beim Ballistikmaster überdreift. So und so, ich habe ein bisschen Hull direkt gelenkst und so. Ja, mein ich. Ja, fertig. Bitte, Armon, wie schnell hast du fertig, die Roden? Okay, ich gehe so, wir machen direkt noch ein Handrun, weil das kann ich schon mal keine Zeit, Heifel. Das geht doch nicht. Ja, jetzt scheint er genau den auf, den einfach, wenn man so AFK rundherum steht. Genau. Egal, was ich gefunden habe, trotz allem ein Okay, Ron. Das ist doch nicht schlecht, da. Ja, Express auch. Ich folge einen Express. Die Wawa. Geh mal kurz in Kampfhistorien gucken. Geht euch nicht. Punkte pro Minute drei an Sponsor. Uff. Was so wisch. Also, den Lieblingsverwerf aus dem MC. Haha, schönes Gold. Haha. Haha, schlecht. 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 Ja, was du stolz. Ja, da sind ich ganz stolz drüber. Schlecht. 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 Ich bin jetzt schon 20 Minuten geparkt, so gut zu kriegen. So, Waffenspiel auf Express. Let's go. Express. Oh, das ist der Kodak. Der Kodak ist dabei. Der Kodak. Der Kodak. Der Kodak ist dabei. Der Kodak. Der Kodak. Nein, der Kodak. Der Kodak. Der Kodak. Der Kodak. Der Kodak. Oh. 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 Ich weiß, dass das so was dran ist, kann ich nicht mehr dazu gehen. Wie das so aus? Ich will aber nicht, dass das so aus. Boah, ich will das nicht. Ich muss aber so. Ja, nee! Ja, doch. Ich geh es nicht mehr. Nee. Dir ist schon gut, ne? Ich muss aber so. Ha ha, ausgetrickst. So, ist denn auch fort. Leih frei du PG. Ha ha, ja ein Blut günstiger Waffenspiel. Yo. So. Ab gehts. Nee. Du guter Mensch. So, was ist denn? Den halb elf Kerl. Was ist denn auch schuld? Oh, schuld für dich den Wäschwäulen und dann richtig den Toten. Weih! Was ist das, das hat ein Cheater oder so? Kann das sehen? Kann das sehen, ja. Dass halt eine blöde Cheater rundrum laufen. Oh, wo ich nicht will so die gucken. WTF? 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 Hei komm. Da komm hoch. Kommt's weg. Hei hei hei, muss ich leider nur noch sicher gehen. Trotto. 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 Hei 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 hei. Erlaubt du Mott. Du bist beschlägen. Das wird... Das wird's. Ja. Weih! Überdrehen nicht. Ich bin nicht. Nein, das kann ich wirklich nicht machen. Ich würde nicht sagen, dass ich das machen. Du Mott. Ich werde dich ja nur nicht dafür anbringen. Du bist so neu dabei. Ja, warte. Guck, du bist schon fertig. Ich wäre lustig, ich bin echt der Sniper. Nicht, weil du bist schon fertig. Ja, gut. Guck mal, ich sag mal, gut neu. Wo... Ja. Ich verfehle dann und zweit dann. Die Säuze sind aber perfekt. Voll an Kühen! Haha! Noob. Schwitzisch. Was hast du denn da schon mal? Ja, 13.7 haben wir gespielt. Du trinkst die Kritt. Und ja, dann... Wir haben zweimal gewonnen vom Vava. Und zweimal zweite von mir. Mein Genisch. Dann, äh... Bis zur nächsten Woche. Sollen wir alle zwei. Ciao! Ciao! Ciao!